Hallo und Glück auf zur Spieltagspressekonferenz des FC Erzgebirge Aue vor dem letzten Saison Heimspiel am Sonntag 15.30 Uhr gegen Hannover 96. Auf dem Podium hat Platz genommen unser Cheftrainer Dirk Schuster und ich übergebe das Mikro. Ja, Glück auf in die Runde. Das letzte Heimspiel steht an. Wollen wir natürlich positiv beenden. Das ist ganz klar nach dieser etwas unglücklichen Niederlage gegen den VfL Bochum, wo wir in das Spiel sehr viel investiert haben, wo wir sehr mutig aufgetreten sind, auch wieder sehr offensiv gespielt haben, aber im Endeffekt mit leeren Händen da standen. Aber die Art und Weise und die Leistung der Mannschaft, die sehr viel investiert hat, die stimmt mir schon sehr optimistisch und auch sehr positiv, dass wir im letzten Heimspiel gegen Hannover 96 daran anknüpfen können und hoffentlich auch mit einem positiven Ergebnis die Heimbilanz weiter aufrechterhalten können, die wir uns bisher aufgebaut haben. Mit Hannover 96 kommt natürlich ein Gegner her, der sehr gut performt hat in den letzten Wochen. Seit der Amtsübernahme meines Kollegen Kenan Kocak, der in 18 Spielen 31 Punkte geholt hat, das ist schon sehr respekteinflößend. Das ist fast die Bilanz eines Aufstiegskandidaten, und da wird sehr gute Arbeit geleistet. Man hat natürlich auch vom Portfolio der Mannschaft her sehr viel Potenzial drin, wenn man allein vorne die Sturmreihe sieht. Mit Duc Guglietti, der das Spiel täuschert, der spielen kann, Weidand, das sind für mich Bundesliga-Stürmer. Und da wissen wir natürlich dann auch, was auf uns drauf zurollen könnte. Trotzdem denke ich, dass sich die Mannschaft in einem guten körperlichen Zustand befinden könnte bis zum Sonntag. Wir werden heute noch mal nur ganz locker und leicht trainieren. Der zweite Tag nach einem Punktspiel ist immer mit so das Unangenehmste vom Gefühl her für einen Spieler, der da lange Zeit auf dem Rasen gestanden hat, so dass wir erst heute noch mal eine genaue Bestandsaufnahme machen müssen, wer uns dem Personel am Sonntag da zu 100 Prozent auch zur Verfügung steht. Tatsache ist, wenn man unseren Kader durchgeht, dass wir zwei gesperrte Spieler haben, mit Lou Samson und Dimi Nassarov, aufgrund der fünften gelben Karte oder dieser Gelb-Rot-Sperre beim Lou, wo wir dann natürlich auch gezwungen sind, zusätzlich zu rotieren, was wir ohnehin vorhatten. Darüber hinaus noch das ein oder andere Wehwehchen mitgebracht haben aus der Partie gegen den VfL Bochum, sodass ich Ihnen heute noch gar nichts genaues sagen kann über Systematik, Taktik, personelle Aufstellung, sondern da wir jetzt noch die Tage abwarten müssen. Auch Marco Mirojevic ist gestern und heute noch mal zu einer genauen Diagnose, die jetzt noch aussteht, nach München gefahren, zum Arzt seines Vertrauens und da ist das Ergebnis auch noch nicht da, sodass wir gezwungen sind, noch etwas abzuwarten, wer jetzt zur Verfügung stehen könnte und wer nicht. Auf jeden Fall wollen wir dieses Spiel bestmöglich gestalten, wollen nach Möglichkeit dieses Spiel unter allen Umständen gewinnen, werden auch wieder voll couragiert auftreten, mit Mut nach vorne, aber auch mit der Rückwärtsbewegung, die gut strukturiert sein muss, weil halt die Hannoveraner auch einen technisch guten Ball spielen können, die sich jetzt auch gegen St. Pauli mit dem 4 zu 0 belohnt haben, die darüber hinaus noch sehr gute weitere Chancen hatten und wo wir höllig auf der Hut sein müssen vor den Angriffen der Niedersachsen, aber auch von dem gut strukturierten Abwehrverhalten mit einer schnellen Umschaltbewegung, wo sie auch im Umschaltspiel sehr gefährlich waren. Damit sind die Mikrofone frei für die Fragen der Presse. Keine. Sebastian Siebers. Ja, ich habe mich graf gemeldet. Sebastian Siebers von der Freien Presse. Wie groß sind denn Ihre Befürchtungen, Herr Schuster, dass die insgesamt ja sehr starke Saison jetzt doch mit so einem schlechten Gefühl endet? Wie glauben Sie, wie wahrscheinlich ist es, dass man da jetzt nochmal das Ruder rumreißen kann? Ja, Befürchtung habe ich da gar keine, weil ich glaube, von der Mentalitätsschiene die Mannschaft sehr gut aufgestellt ist und sie natürlich auch alles dran setzen möchte, mit einem guten Gefühl aus der Saison zu gehen. Klar, wenn man zwei Spiele hintereinander verliert, zweimal unglücklich verliert, zweimal sehr guten Fußball auch zeigt, ist es unbedingt notwendig, dass man auch mit einem Erfolgserlebnis aus der nächsten Partie herausgehen möchte. Ja, und ich glaube, dass es uns da ja von der Einstellung her an nichts mangeln wird. Was uns so ein bisschen fehlt, ist die Unterstützung der Fans. Das kann man auch ganz deutlich mal sagen. Das Problem haben aber alle Mannschaften, aber bei uns natürlich auch im Speziellen, wenn es mal nicht so gelaufen ist, dass die Zuschauer die Mannschaft immer noch gepusht haben, immer noch nach vorne gedrückt haben, unterstützt haben in jeder Sekunde des Spiels. Aber das ist keine Problematik, die wir alleine haben. Ich denke, dass die Mannschaft auch genügend Potenzial hat, am Sonntag zu bestehen, mit einem guten Ergebnis die Heimspielrunde zu beenden, um dann auch noch im letzten Spiel gegen Regensburg, was allerdings jetzt noch in weiter Ferne ist, noch einen guten Saisonabschluss hinzukriegen. Aber Sie haben es richtig gesagt, wir haben bis jetzt eine sehr ordentliche Saison gespielt. Wir wollen den Punkteschnitt oder den besten Punktestand der letzten zehn Jahre erreichen. Das ist schon mal ein Ziel von uns. Also definitiv noch was obendrauf satteln auf die 41 Punkte. Wir können auch von dem extrem großen Druck vielleicht doch noch in die Relegation rutschen zu können, von dem wir befreit sind, aufspielen. Und das wollen wir jetzt am Sonntag zeigen. Wir wollen uns mit einer, ich sag mal, hochanständigen Leistung, ich hätte fast gesagt vor heimlichem Publikum, vor heimlicher Kulisse, was leider nicht geht, aber aus dem Erzgebirgsstadion für diese Saison verabschieden. Nochmal Sebastian Sieberts. Trotz der englischen Woche und dem ja dann doch etwas strammen sportlichen Programm, es ist ja alles in trockenen Tüchern, was den Kassenhalt angeht. War denn da schon Zeit, mal über Personalplanung für die nächste Saison zu sprechen? Wir werden jetzt in der nächsten Woche ganz konkret auch diese Themen bearbeiten. Ich denke, die Thematik stellt sich bei uns jetzt auch, da ein paar Spieler auslaufende Verträge haben. Wir müssen auch da in dieser Beziehung für Klarheit sorgen, weil dann ja mit nächsten Sonntag auch diese Runde beendet ist. Da wird es nochmal einen Dialog geben mit dem Präsidium, mit dem Vorstand, wo wir uns dann auf die Ausrichtung für die nächste Saison auch zusammensetzen, uns dann hoffentlich auch die richtige Richtlinie personeller Art da einigen können und diese festlegen können. Und ich denke, dass wir in der nächsten Woche dann schon klarer sehen, mehr wissen, weil jetzt vor dieser englischen Woche waren halt auch noch die Fragezeichen mit dem endgültigen Klassenverbleib noch da, mit der drohenden eventuellen möglicherweise Relegation, die noch so ein bisschen wie ein Damoklesschwert oben drüber geschwebt ist, wenn auch relativ unwahrscheinlich. Jetzt haben wir Klarheit. Jetzt gilt aber auch in der englischen Woche die vollste Konzentration auf diese Partie zum Abschluss dieser englischen Woche. Und da sind alle Gespräche erstmal ausgesetzt. Sven Herold. Wenn er es hinkriegt. Jawohl, er kriegt es hin. Es war zu lesen, dass der Präsident zumindest davon ausgeht, dass der Kader verkleinert wird, so ein bisschen ausgedünnt wird zur neuen Saison. Insofern anschließend dann die Frage davor. Inwiefern helfen Ihnen jetzt auch diese beiden Spiele, die jetzt noch anstehen, auch in die Richtung mal zu gucken, auf wen man sich tausendprozentig verlassen kann und auf wen vielleicht nicht? Ist er vielleicht auch ein kleiner Kitzel nochmal zusätzlich für die Spieler? Nein, das kann man definitiv nicht an diesen zwei Spielen festmachen. Ich glaube, jeder Spieler oder fast jeder Spieler hat über die gesamte Saison viele Möglichkeiten gehabt, zu zeigen, dass sie die richtigen Spieler auf den richtigen Positionen für den FC Erzgebirge auch sein können. Und an den letzten zwei Spielen möchte ich das gar nicht so festmachen. Natürlich hat nochmal der eine oder der andere die Chance, sich zu empfehlen. Auch nochmal für kommende weitere Aufgaben dann in Regensburg zu empfehlen, wo wir auch noch Punkte holen wollen. Und diese Personalplanung oder dieser Blick auf die Mannschaft, auf jeden einzelnen Spieler, den haben wir die gesamte Saison. Und da spielen die letzten zwei Spiele vielleicht noch punktuell nuancenreich eine Rolle, aber nicht mehr in der Gesamtdarstellung des Spielers, wie er sich über die gesamte Saison präsentiert und auch verhalten hat. Keine weiteren Fragen mehr? Dann würden wir da die Pressekonferenz für heute beenden. Wir wünschen unserem Team viel Erfolg am Sonntag. Dankeschön. Anschluss, wie gesagt, nochmal 15.30 Uhr und nicht 13.30 Uhr. Und damit Glück auf und ein schönes Wochenende an alle. Glück auf und einen schönen Feierabend für euch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.